Also, heute ist aber viel Verkehr, Zeo. Ja, sehr viel Verkehr, Mrs. Zolli. Hallo, Zeo. Hallo. Wir gehen in den Park. Möchtest du nicht mitkommen? Das geht nicht. Ich helfe meiner Oma beim Einkaufen. Okay. Na, dann bis später. Oh, Eltsi, halt! Oh. Du musst auf Mrs. Zolli achten. Tut mir leid. Entschuldigung, Mrs. Zolli. Wir versuchen es gleich noch mal. Und zwar richtig. Danke. Ja, vielen Dank, Mrs. Zolli. Viel Vergnügen im Park. Ohne meinen Lolli-Stil könnte ich meine Arbeit gar nicht machen. Das ist ja echt clever. Auf Wiedersehen, Mr. Zolli. Na, komm, Zeo. Oma, könnte ich auch so eine Lollikelle bekommen? Aber was willst du denn damit, Zeo? Anderen Leuten helfen. Genau wie Mrs. Zolli. Frag doch mal Opa. Er wird bestimmt gerne eine mit dir basteln. Gibst du mir mal bitte einen Nagel, Zeo? Für Mrs. Zolli ist die Lollikelle ganz wichtig. Deine Lollikelle wird für dich auch sehr wichtig sein. Ich darf die Signale nicht vergessen. Das heißt, Stopp. Und bei diesem Zeichen dürfen die Autos weiterfahren. So, das war's schon. Sie ist fertig. Mein Lolli-Junge. Oh, super. Vielen Dank, Opa. Komm mit, Pop. Wir gehen mal zu Elsie. Okay, Elsie. Wir sind hier in Zeo-Stadt. Und jetzt komme ich mit meinem Auto angefahren. Brumm, 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 brumm. Und Stopp. Okay, du kannst drüber gehen, Pock. Und du kannst weiterfahren, Elsie. Brumm, brumm, brumm. Ich find's toll, ein Lolli-Junge zu sein. Zeo, das Essen ist fertig. Ich geh jetzt nach Hause. Dann bis später, Elsie. Ich werd allen helfen, sicher zum Abendessen zu kommen. Uoma, Stopp! Ja, aber warum denn? Was ist denn los? Gar nichts. Ich pass hier nur auf den Verkehr auf. Keine Gefahr. Du kannst ins Esszimmer gehen. Danke, mein Kleiner. Ups, entschuldige, ich hab dich gar nicht gesehen. Halt, Stopp, Opa. Geh, Uroma. Ja, Uroma, nach dir. Recht vielen Dank, Opa. Jetzt darfst du, Opa. Dankeschön, Zeo. Hey, Halt, Vorsicht, Stopp, Mama. Und nun geh, Opa. Ich bin schon weg. Also, Zeo, ich muss jetzt aber wirklich den Tisch decken. Geh, Mama. Essen darf auch gehen. Oh nein, Mama, Vorsicht, Stopp! Oh je, ach du, meine Güte. Ach, Zeo. Entschuldigung. Sei nicht traurig, Zeo. Das kann doch mal vorkommen. Es ist nichts vom Essen runtergefallen. Ich bin einfach kein guter Lolli, Junge. So schnell wirst du doch nicht aufgeben, Zeo. Du brauchst einfach nur ein bisschen mehr Übung. Er muss da üben, wo noch mehr Platz ist. Du solltest im Park üben, da ist viel Platz. Wisst ihr was? Er kann ja morgen am Strand üben. Ja, genau da hast du richtig viel Platz. Ja! Hallo, Mrs. Zolli. Ich übe heute am Strand, damit ich ein guter Lolli-Junge werde. Das ist eine gute Idee, Zeo. Hätten Sie vielleicht Lust nachzukommen, wenn Sie Feierabend haben? Ich glaube, Zeo könnte noch ein paar Tipps gebrauchen. Oh ja, die gebe ich ihm wirklich sehr gern. Und ich werde dem Lolli-Jungen ein Eis mitbringen. Ist ja toll. Dann bis nachher, Mrs. Zolli. Und ich werde dem Lolli-Jungen ein Eis mitbringen. Und ich werde dem Lolli-Jungen ein Eis mitbringen. Hallo, Zeo! Hallo! Hast du Lust, mit uns Ball zu spielen? Oh ja, nachher vielleicht. Jetzt muss ich erst mal üben, ein Lolli-Junge zu werden. Okay, dann bis nachher. Hallo, Zeo. Willst du dabei mithelfen, eine Rakete zu bauen? Ja, nachher gern. Was hältst du davon, wenn du erst mal mit mir paddeln würdest? Danach kannst du ja immer noch mit der Kelle üben. Aber bleib im flachen Wasser, Zeo. Mach ich! Und bleib immer in Papas Nähe, hörst du? Wow! Ja! 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 Vorsicht! Du meine Güte! Du meine Güte! Entschuldigung, Zack! Halt! Stopp! Oh nein! Entschuldigung! Da sieh mal, Papa, eine Krabbe! Ach, wie schade, das schöne Eis. Ach, das tut mir leid, Mrs. Zolli. Mir auch. Entschuldige bitte, Zack. Das ist gar nicht so schlimm. Das können wir ganz schnell reparieren. Hm. Hm. Oh, da müssen wir schnell einschreiten. Ich glaube, hier wird unsere Hilfe gebraucht, Zeo. Wo fangen wir denn an? Hm. Ach. Zuerst helfen wir der Krabbe. Ist gut. Dann leg mal los. Hm. Hm. Jetzt kannst du loslaufen, wenn du willst. Ja, gut gemacht, Zeo. So, und was jetzt? Also, ich würde Zack gern dabei helfen, die Rakete zu reparieren. In Ordnung. Und ich behalte das Volleyballspiel im Auge. Und ich frage die anderen, ob ich mit dem Picknick helfen kann. Hm. 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 Oh. Wir versuchen, den Ball voll unter Kontrolle zu halten, Mrs. Zolli. Das ist sehr schön. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay und Start. Oh, oh, und zurück. Na, hat jemand Hunger? Ich hab großen Hunger. Oh ja, ich auch. Nicht so eilig. Wir wollen doch nicht, dass nochmal was passiert. Okay, geh ruhig. Wartet auf uns. Wir haben auch Hunger. Hey, nicht so schnell. Sonst passiert doch gleich wieder etwas. So, ihr könnt gehen. Das hast du ja wirklich sehr gut gemacht, Zeo. Vielen Dank, Mrs. Zolli. Hat denn jetzt jeder etwas zu essen und zu trinken? Ja. Aber erst auf mein Zeichen dürft ihr essen und trinken. Hurra. Vier Möhren, eine Salatgurke und drei Kartoffeln. Und zwei Brokkoli sollen wir mitbringen. Noch was anderes? Nein, Zeo. Nein, das wäre dann alles. Gut, dann sag ich Opa, dass wir gehen können. Opa, Opa. Ich hab jetzt die Einkaufsliste. Wir können gehen. Ja, ist gut, Zeo. Ich komme schon. Oh, hey, hallo, Elsie. Hallo, Zeo. Hier, sieh doch mal. Ich hab einen neuen Ball. Pass auf. Wow, na, willst du auch mal? Gehen wir. Ich kann jetzt nicht spielen. Wir gehen zu Mr. Zui. Wir müssen einkaufen. Der Laden ist ja hier an der Ecke. Es wird nicht lange dauern. Ja, wenn ich wieder zurück bin, dann spielen wir. Ist gut, dann warte ich. Aber beeil dich, ja? Versprochen. Na komm, Opa. Nun lauf mal nicht so schnell. Hallo, Mr. Zui. Hallo, Zeo. Hast du's eilig? Ja, wir sollen für Oma Gemüse einkaufen. Und Elsie will mit mir spielen. Ich hab ihr versprochen, mich zu beeilen. Hallo, Zeo. Hey, hallo, Zack. Guten Tag, Mr. Zui. Wie geht's? Danke. Wie geht's Ihnen? Oh, es geht mir gut. Danke, ich bin ein bisschen außer Atem, weil es nicht so leicht ist, mit den jungen Zebras mitzuhalten. Sie können sich gern hinten bei mir etwas ausruhen. Danke, das ist sehr nett von Ihnen. Das ist aber dumm. Elsie wartet auf mich. Ich kann dir doch helfen, wenn du willst. Wirklich? Wirklich? Und was noch? Und noch zwei Brokkoli. Das wäre alles. Ah, Brokkoli, Brokkoli. Da drüben. Oh, nein. Hey, Vorsicht. Oh, habt ihr euch wehgetan? Was ist denn hier los? Entschuldigung, ich wollte Zack einfach nur zeigen, wo der Brokkoli liegt und dann... Ach, das macht doch nichts. Das ist halb so schlimm. Das räumt ihr ganz schnell auf. Aber, aber das dauert doch so lange. Nein, wie kommst du denn darauf? Das wird ganz schnell gehen und Spaß machen. Denn wir spielen dabei das Farbenspiel. Das kenne ich ja gar nicht. Das ist ganz einfach. Also, zuerst nimmt man eine Frucht oder Gemüse. Und dann sieht man sich die Farbe an. Die wäre in diesem Fall... Gelb natürlich! Genau. Und die gehört dann in den... In den gelben Eimer. Wollt ihr das Farbenspiel spielen? Ja! Ja! Hier! Ach ja! 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 Okay, erledigt! Ja! Mr. Tzui, könnte ich bitte zwei Brokkoli haben? Ja, aber natürlich. Du kannst schon mal vorgehen. Ich werde die Sachen nehmen und dann komme ich nach. Schön, langsam und gemütlich. Ja, ist gut, Opa. Auf Wiedersehen! Elchi! Da bin ich wieder! Jetzt können wir spielen! Du wolltest dich doch beeilen! Das wollte ich auch. Aber dann sind mir ganz viele Sachen runtergefallen. Und die musste ich mit Zack erst einsammeln. Und weißt du was? Opa hat uns das Farbenspiel beigebracht. Das Farbenspiel? Ja, das macht echt Spaß! Soll ich's dir zeigen? Oh ja, gern! Wir können die Sachen, die wir gerade gekauft haben, dafür nehmen. Aber wir müssen irgendwas finden, wo wir sie reinlegen können. Komm mit! Oh! Huh? Oh! 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 Oh, oh! Haha! Oh, wie ist denn mein Hut hierhergekommen? Wo ist denn meine Schachtel? Wo ist denn der Papierkorb abgeblieben? Wo ist denn mein Blumentopf? Oh, ich hatte doch meine Werkzeugkiste hier draußen. Und jetzt holen wir das Gemüse. Dürfen wir ein bisschen Gemüse haben? Aber das Gemüse habe ich schon da im Topf. Heute wird es eine köstliche Gemüsesuppe geben. So, und nun muss noch meine Schürze genäht werden. Können wir trotzdem das Farbenspiel spielen? Ähm... Ja, das können wir! Komm mit! Das ist rot! Orange! Grün! Gelb! Und das ist rot! Orange! Und das ist rot! Das hier ist grün! Meine Hutschachtel! Die Werkzeugkiste! Mein Blumentopf! Hier ist ja auch mein Papierkorb. Und hier ist die Schublade von meinem Nähkasten. Hättet ihr nicht mal fragen können, ob ihr die Sachen haben dürft? Ja, schon, ähm... Ach, seht mal! Das wäre doch eine wunderbare Dekoration für mein grünes Sofakissen, oder? Oh, hier ist ja der Knopf von meinem Regenmantel. Ich wusste gar nicht mehr, wo der abgeblieben ist. Oh, hier ist ja noch ein neuer Reißverschluss für meine orangefarbene Tasche. Das ist der richtige Farbton. Damit werde ich meine Schürze flicken. So wie es aussieht, seid ihr zwei sehr hilfreich gewesen. Und zwar für die ganze Familie. Dann könnten wir ja das Farbenspiel weiterspielen. Wir alle zusammen! Ich würde gern mitspielen, aber du musst mir vorher noch die Regeln erklären, Theo. Ja, natürlich! Es ist ganz einfach! Du nimmst dir ein Knopf, ein Band oder einen Reißverschluss. Und siehst dir die Farbe an. Und die wäre dann in diesem Fall... ...geld natürlich! Und den legt man in die... ...in die gelbe Werkzeugkiste! Hey, grün! Orange! Grün! Und das ist rot! Und das ist auch rot! Und das hier ist gelb, orange und rot! Gelb! Das macht Spaß! Und hier ist grün! Gelb, bitte sehr! Und rot! Rot! Wie schön, dass ihr heute zur Verkehrserziehung gekommen seid an diesem sonnigen Tag! Ich hoffe, dass es euch Spaß macht, denn nur dann werdet ihr euch merken, was ihr heute lernt! Und wenn ihr das Training absolviert habt, dann bekommt ihr zur Belohnung einen Button und einen Sticker! Ja! Die gebe ich euch aber erst später, nach dem Unterricht! Ich zeige euch heute, wie man sich im Straßenverkehr verhält! Und wenn ihr die Straße überqueren wollt, dann dürft ihr das nur mit mir, wenn ich meinen Lolli-Stiel dabei habe! Oder auch mit einem anderen Erwachsenen! Ja, genau so ist es! Auch wenn ein Freund dabei ist, dürft ihr nur mit einem Erwachsenen über die Straße! Na dann, wollen wir jetzt mal für eure Sicherheit sorgen! Um sicher über die Straße zu kommen, müsst ihr unbedingt die Regeln kennen! Das ist sehr wichtig! Und diese merkt man sich viel leichter mit einem Reim! Ein kluges Kind, das die Straße überquert, das merkt sich drei Regeln, dann macht's nichts verkehrt! Stopp, Augen auf und auch die Ohren! Und nun, mal mit mir zusammen! Ein kluges Kind, das die Straße überquert, das merkt sich drei Regeln, dann macht's nichts verkehrt! Stopp, Augen auf und auch die Ohren! Ja, das war gut! Aber ihr müsst natürlich auch wissen, wie man stoppt und auch Augen und Ohren aufmacht! Wie ein Erwachsener! Zack und Elsie gehen mit mir über die Straße! Und dann kann Theo mit seinem Opa rübergehen! Ja, natürlich! Na dann, los! Stopp! Oh! Oh je, Entschuldigung! Ja ja, nicht so eilig, Theo! Also bevor ihr die Straße überquert, geht ihr an eine Stelle, von der ihr die Straße gut überblicken könnt! Nicht zu nah an parkende Autos! Bleibt bitte erstmal auf dem Gehweg stehen! Dann Augen auf! Ihr müsst unbedingt den ganzen Straßenverkehr im Blick haben! Dann die Ohren auf, um auch zu hören, ob kein Auto kommt! Ihr müsst warten, bis die Autos vorbeigefahren sind! Ihr müsst darauf achten, was ihr seht und hört! Und wenn ihr wisst, dass alles frei ist, dann geht ihr rüber! Und auch beim rübergehen bleibt ihr immer aufmerksam! Das habt ihr gut gemacht! Denkt an den Reim, wenn ihr eine Straße überqueren wollt! Dann wisst ihr, was ihr tun müsst! Eben habt ihr die Straße mit einem Erwachsenen überquert, aber für den Rest des Unterrichts werdet ihr die Straße allein oder zu zweit überqueren! Denn erst dann merkt man sich die Regeln ganz genau! Und nun folgt der nächste Teil des Unterrichts! Freut ihr euch darauf? Ja! Ich hab euch gebeten, eure Tretautos mitzubringen! Und das habt ihr auch getan! Das freut mich sehr! Komm schon, Theo! Wir fahren ein Rennen! Hahaha! Hahaha! Kommt wieder her! Ihr müsst hier sehr gut aufpassen! Entschuldigen Sie bitte! Mit euren Tretautos werdet ihr lernen, wo ihr die Straße sicher überqueren könnt. Und dürfen wir dann später ein Rennen fahren? Ja, natürlich. Danach könnt ihr zwei ein Rennen fahren. Also, das hier ist unsere Straße, Jungs. Und ihr sollt jetzt eure Autos auf dieser Seite da parken. Und dann müsst ihr die Straße überqueren. Theo, zack, seid vorsichtig. Entschuldigung. Tut mir leid, Opa. Und nun zeigt mir, wie ihr sicher die Straße überquert. Ach du meine Güte. Theo, zack, das ist doch kein Wettrennen. Achtet auf die Sicherheit, wenn ihr die Straße überquert. Und bitte nicht rennen. Elsie war die einzige von euch, die die Regeln beachtet hat. Sie stand an einer Stelle mit guter Übersicht. Und sie hat die Augen und die Ohren aufgemacht, bevor sie dann rüber ging. Wir sprechen jetzt nochmal den Reim. Ein kluges Kind. Ein kluges Kind, das die Straße überquert. Das merkt sich drei Regeln. Dann macht's nicht verkehrt. Stopp, Augen auf und auch die Ohren. Ja, das war sehr gut. Ja. Nur eins müsst ihr euch merken. Es reicht nicht einfach nur den Reim aufzusagen. Ihr müsst auch mit den Regeln umgehen können. Aber keine Sorge, ihr seid ja hier, um zu lernen und zu üben. Und wir haben ja wirklich sehr viel Zeit. So und nun werden wir das nochmal im Straßenverkehr üben. Elsie und Zeo, ihr zwei werdet jetzt mal in eure Tretautos steigen. Zack. Du gehst über die Straße. Und denkt dran, stellt euch dahin, wo ihr den Überblick habt. Puh, wir haben nicht genug Autos, um welche zu parken und andere fahren zu lassen. Ich werde ein geparktes Auto sein. Das ist eine gute Idee, danke schön. Und du denkst bitte an den Reim, ja, Zack? Ein kluges Kind, das die Straße überquert, das merkt sich drei Regeln. Dann macht's nichts verkehrt. Stopp, Augen auf. Bip, bip. Hallo, Zack. Hey, hallo, Zeo. Hallo, Zack. Hallo, Elsie. Ach, Zack. Du hast dich gerade viel mehr mit Zeo und Elsie beschäftigt, als mit dem Straßenverkehr. Wenn man die Verkehrsregeln einhalten will, dann ist es sehr wichtig, dass man sich darauf konzentriert. Verstehst du? Zeo, dreh wieder um. Entschuldigung. Ich dachte, wir sind schon fertig. Nein, noch nicht. Euer Rennen wird später stattfinden, Zeo. Du könntest doch deinem Freund Zack mal zeigen, wie es richtig ist. Also du bist jetzt dran. Woran sollen wir denken, wenn wir rübergehen? Soll ich jetzt jedes Mal den Reim aufsagen? Ja, das sollst du. Du musst den Reim so lange aufsagen, bis du die Verkehrsregeln alle auswendig kannst. Ein kluges Kind, das sich Straße überquert, das merkt sich drei Regeln. Dann macht's nichts verkehrt. Stopp, Augen auf. Und auch die Ohren. Theo. Oh, entschuldige, ich hab dich nicht gesehen. Oma, Theo, kannst du denn nicht besser aufpassen? Tja, nein, Glück, dass keiner verletzt wurde. Das hätte doch aber ganz leicht passieren können. Theo, weißt du denn gar nicht, wie man sich auf der Straße verhält? Naja, wir sind gerade dabei, die Verkehrssicherheit zu trainieren. Deswegen sind wir ja heute auch hier. Ach so, ich verstehe. Tja, meine Tochter kennt ja die Verkehrsregeln in- und auswendig. Und das hat sie so gut gemacht, dass sie ein Radfahrerabzeichen bekommen hat. Es wäre sehr sinnvoll, wenn ihre Kinder den Straßenverkehrsreim auswendig lernen würden. Ach, den kenne ich ja auswendig. Aber wenn ich ehrlich sein soll, habe ich ihn einfach nur aufgesagt und kein bisschen drüber nachgedacht. Ja, und genauso habe ich das auch gemacht. Man darf den Reim nicht einfach nur aufsagen. Man muss auch mit den Regeln umgehen können. Ja, ja, genau. Theo, zack, stehen zu bleiben ist wichtig. Habt ihr das jetzt begriffen? Ja, das haben wir, Opa. Hm, ihr habt wirklich Fortschritte gemacht. Ich bin sehr stolz auf euch. Oh, das Auto ist ja wirklich toll, Elsie. Darf ich mal damit fahren? Natürlich. Vielleicht kann Zinnia mir dabei helfen, die Verkehrsregeln zu erklären. Zinnia? Ich glaube, wir sollten die Tretautos lieber weglassen. Die lenken einfach zu sehr ab. Ja! Nun seid ihr die Fußgänger. Zinnia, du darfst mit deinem Rad fahren. Ihr habt ja gesehen, dass man auch die Fahrradfahrer beachten muss, wenn man die Straße überquert. Ja, ist gut, Mrs. Tolley. Na, sehr schön. Also, Theo, zack und Elsie werden jetzt die Straße überqueren. Hm, aber wir haben ja gar kein Auto. Brumm, piep, piep. Ich mach das schon. Brumm, piep, piep. Ist ja super. Seid ihr dann soweit? Na los, dann zeigt mir, was ihr könnt. Stopp. Brumm, piep, piep, piep. Erst gucken, ob das hier eine gute Übersicht hat. Und dass hier keine Autos parken. Und Ohren auf. Also Augen auf und auch die Ohren. Und wenn die Straße frei ist, gehen wir. Aber wir achten die ganze Zeit auf den Verkehr. Bravo, das war ja hervorragend. So, und jetzt wisst ihr alle wirklich, wie man eine Straße überquert. Ihr wart sehr, sehr fleißig und habt euch eine Belohnung verdient, Kinder. Und nun dürft ihr euer Tretautorennen fahren. Ist ja toll, danke schön. Fein, danke schön. Und du kriegst auch etwas, weil du uns so schön geholfen hast. Dankeschön. So, und jetzt kommt das Autorennen. Ja. Ich danke Ihnen. Also, ich denke, dass die Kinder heute wirklich sehr viel gelernt haben. Das habe ich sehr gern getan. Wir sehen uns dann morgen an der Kreuzung vor der Schule. Ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und weißt du, was ich jetzt mache, Zelda? Ich werde ganz schnell darüber zu dieser Bank laufen und mein Kreuzworträtsel lösen. Oh, Vorsicht. Oh, oh je, ich habe wohl was vergessen. Naja, ich werde mich wohl auch mehr auf die Verkehrsregeln konzentrieren müssen. Aber Opa, was haben wir denn heute alle gelernt? Ein kluges Kind, das die Straße überquert, vermerkt sich verreden. Augen auf und auch die Ohren. Ich habe schon verstanden. Nazio, klappt's nicht? Hast du ein Problem? Ach, weißt du, Oma, das wirst du auf dem Fest nicht verkaufen können, was ich hier stricke. Tja, wer stricken will, der muss einfach nur üben. Aber das ist ja echt total schwierig. Wir sollten lieber meinem Papa beim Vorbereiten für das Fest helfen. Wir könnten auch mit Papa und Opa die Werkstatt aufräumen. Ich mache das, Pock. Für den Trödelmarkt auf unserem Fest werden noch Sachen gebraucht. Dafür muss ich mal in meinen Kleiderschrank gucken. Wollt ihr mir beim Aussortieren helfen? Ja, ja, furchtbar gern. Also, die hier will ich behalten. Und die Sachen gebe ich weg. Haha, ich bin Zeo, das tapfere Zebra mit dem Umhang. Und ich bin Zack. Und wenn ich meine Zauberkappe aufhabe, beherrsche ich die ganze Welt. Haha, du musst vorsichtig sein, Zack. Zeo, das tapfere Zebra mit dem Umhang verfolgt dich. Nein, nein, hört auf zu rennen. Sieh mal, was du hier verloren hast. Das wollten wir nicht. Den muss ich wieder annähen. Das ist nämlich mein bestes Cape. Ha, das ist so schön weich und schluffig. Das ist eine Bommel, mein Junge. Die kann man ganz leicht machen. Wollt ihr es mal versuchen? Dazu braucht man nicht viel. Nur eine Schere, Wolle und Pappe. Das war's schon. Haha, ja, das würde ich gern versuchen. Tja, nur leider hab ich keine Pappe und die brauchen wir. Ich werd Papa fragen. Na los, komm mit, Zack. Papa, Papa. Ach, hallo Zeo. Zack, wir räumen gerade die Werkstatt auf. Wollt ihr uns helfen? Und wir suchen noch ein paar Sachen für das Fest raus. Nein, nein, wir sind nur hierher gekommen, weil wir Pappe brauchen. Weil ihr Pappe braucht? Hm, ach, vorhin haben wir Pappe zur Papiertonne gebracht. Toll! Wir wollen nämlich mit Uroma Bommeln machen. Ich verstehe. Als ich so alt war wie du, hab ich das auch von Uroma gelernt. Und ich hab das auch von ihr gelernt. Das hier sind die größten Stücke. Danke, Papa, das ist ja super. Bis nachher. Bis nachher, Jungs. Und viel Spaß. Oh, wie schön. Das habt ihr wirklich sehr gut gemacht. Das ist ja eine ganze Menge. Dann können wir ja gleich anfangen. Wisst ihr was, Jungs? Wir könnten noch ein paar für das Fest machen. Oh ja, Uroma. Das ist eine tolle Idee. Ja, eine super Idee ist das. Na wunderbar. Also zuerst müsst ihr ein paar Kreise ausschneiden. Passt auf. Wieso schneidest du ein Loch in die Mitte? Weil man nachher die Wolfieden durchziehen muss, weißt du? Durch das Loch in der Mitte werden die Bäume kreisförmig. Also. Ich werde euch jetzt mal zeigen, wie man das macht. Und dann könnt ihr es versuchen. Hm. Aber das ist ja gar nicht weich. Jetzt noch nicht. Das kommt erst etwas später. Nun müsst ihr so lange weiterwickeln, bis man die Pappe nicht mehr sieht. Und dann sage ich euch, wie es weitergeht. Aber wie wird daraus eine Bommel, Uroma? Tja. Nun passt mal schön auf. Ich ziehe ganz fest den Faden rum. Und dann kannst du vorsichtig die Pappe entfernen. Und schon ist unsere Bommel fertig. Ja. Und sie ist doch schön fluffig. Also Bommeln zu machen ist ja viel leichter als stricken zu lernen. Na los. Wir machen jetzt noch mehr davon. Oh ja, das machen wir. Na, das freut mich aber. Oh, na das ist ja nicht zu fassen. Ihr habt ja wirklich sehr viele gemacht. Wisst ihr was? Ihr könnt doch Tiere aus den Bommeln machen. Hier. Ich habe noch Filz. Daraus könnt ihr Gesichter und Füße machen, wenn ihr Lust habt. Toll. Und ob wir Lust haben. So, die Augen hätten wir schon mal. Bitte sehr. Das ist ein ganz fluffiges Gruselmonster. Obwohl es kein bisschen gruselig ist. Das ist ja auch ein Bommelmonster. Das ist nicht gruselig. Nun ist es ein tanzendes Bommelmonster. Bommel, 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 Bommel. Jetzt brauchen wir aber viele Gesichter und Füße für unsere Bommeln, Oma. Das ist gar kein Problem. Ich habe ja hier noch ganz viel Filz. Na, hat jemand von euch Appetit? Ich habe Kuchen für das Fest gebacken und ich habe noch was übrig. Möchtet ihr? Oh ja! Danke! Oh, wie nett. Die sind aber wirklich süß geworden. Die sind nicht süß, Mama. Das sind doch Monster. Ah, wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Äh, wir sehen uns danach her. Also ich habe auch eine Idee. Vielleicht möchtet ihr ja ein großes Bommelmonster machen. Das könnt ihr dann später auf dem Fest verlosen. Das ist eine ganz tolle Idee. Ich habe ja noch Pappe übrig. Die wird nicht reichen. Na, komm mit. Zack. Papa hat bestimmt noch welche. Ist gut. Nein, ich habe jetzt nur noch die Reste hier. Ich habe euch schon die größten Stücke gegeben. Die da drin sind viel zu klein. Das tut mir leid. Hallo, Theo. Hallo, Zack. Hallo, Elsie. Was macht ihr denn gerade? Wollen wir was spielen? Dazu haben wir jetzt keine Zeit, Elsie. Wir wollen nämlich ein riesiges Bommelmonster machen. Also würden wir gern. Aber wir haben nicht so große Pappe. Also ich glaube, ich kann euch helfen. Wartet mal. Hallo, Elsie. Bist du das, die sich da gerade versteckt? Da war unsere Waschmaschine drin. Mama sagt, ihr könnt den Karton behalten. Oh, toll. Dankeschön, Elsie. Macht doch mit beim Basteln. Das wird super. Bis später. Wow. Also ich glaube, das wird doch noch wie ein gruseliges Bommelmonster aussehen. So, meine Lieben. Und nun macht ihr das genau wie vorhin. Ihr müsst den Faden schön durch das Loch ziehen. Seht ihr? So kann man auch reinfädeln. So kann man auch reinfädeln. Und jetzt braucht es noch Füße. Ein sehr großes Monster. Es könnte glatt ein paar von meinen Schuhen tragen. So, hier, bitteschön. Nun hat es auch ein paar wundervolle Füße. Oh, nicht zu fassen. Das ist ja wirklich ein riesengroßes Bommelmonster. Es wird auf dem Fest verlost. Das ist eine wundervolle Idee. Und nun seht euch mal an, was ich gemacht habe. Toll, Mama. Festlich. Ihr habt mich erst auf diese Idee gebracht. Schön, dass sie euch gefallen. Okay. Und jetzt holen wir mal eure Monster und gehen auf das Fest. Papa und Opa bauen gerade den Stand auf. Ist gut, Mama. Dann gehen wir mal. Ich möchte gern drei von diesen kleinen Monsterkuchen, bitte sehr. Und ich möchte zwei haben. Mami, kriege ich bitte so ein kleines, süffiges Monster? Ja, natürlich. Sehr gern, meine Kleine. Mein kleiner Neffe wird ganz begeistert sein. Du, Oma, ich kann zwar nicht stricken, aber man kann ja trotzdem was mit Wolle machen. Ja, genau. Da hast du ganz recht, Theo. Das beweist doch mal wieder, dass die einfachsten Ideen manchmal die besten sind. Treten Sie näher, meine Damen und Herren. Hier können Sie wirklich ein ganz besonders eindrucksvolles, ein noch nie dagewesenes Kunstwerk betrachten. Das größte Bommelmonster, das es je auf der Welt gab. Wer das hat, muss sich aber gut um das Monster kümmern. Also ich würde es ja am liebsten behalten. Und gewonnen hat das Los mit der Nummer... Das Los mit der Nummer sieben. Oh, das ist ja meins. Ich habe es gewonnen, Theo. Ja, jetzt kann das Bommelmonster für immer bei mir bleiben. Ja, genau. Ich kann nur hoffen, dass es auch durch deine Tür passt. Du, Opa, warum nehmen wir denn jetzt die gleiche Farbe wie vorher? Naja, wir müssen alle paar Jahre drüber streichen, damit sie bei schlechtem Wetter nicht abblättert. Okay. Und wieso nehmen wir die gleiche Farbe? Warum denn nicht rot oder grün oder blau? Tja, weißt du, wir bleiben einfach bei dieser Farbe, weil ich vom letzten Mal noch etwas davon übrig habe. Aber beim nächsten Mal werden wir alles ganz bunt machen. Mit Streifen? Oder mit Punkten. Oder vielleicht auch mit Karos. Nein. Oh. Oh je, jetzt haben wir keine Farbe mehr. Es muss nur noch eine ganz kleine Stelle gestrichen werden. Naja, dann werden wir uns bei Mr. Zoe im Laden einen Eimer Farbe kaufen. Dann kommt, Theo. Hey, Pock, vielleicht bekommst du bei Mr. Zoe ein bisschen Vogelfutter. Du, Opa, Etsy's Mama. Meinst du, dass sie mit uns mitkommen möchte? Nein, das meinte ich nicht, Opa. Aber sie ist Künstlerin und hat immer viel Farbe zu Hause. Vielleicht hat sie ja die Farbe da, die wir brauchen. Ich frag sie gleich mal. Eine sehr gute Idee, Theo. Und während du nach nebenan gehst, werde ich mir ein Tässchen Tee gönnen. Das habe ich mir verdient, denn streichen ist sehr anstrengend. Ja, ist gut. Aber ich glaube, dass Pock enttäuscht ist. Er hat sich schon so auf das Vogelfutter gefreut. Tut mir leid, Pock. Es tut gut, sich mal auszuruhen. Streichen ist ja so anstrengend. Ja, aber du bist ja schon fast fertig. Tut mir leid, Opa. Etsy's Mama ist nicht zu Hause. Dann müssen wir doch zu Mr. Zoe gehen. Ja. Tja, was soll's. Dann wird das Tässchen Tee noch warten müssen. Ja. Wie bedauerlich. Nun sieht die Wolke ja wie eine Perücke aus. Hm. Hallo, Mrs. Zolli. Guten Tag, Theo. Wo wollt ihr zwei denn hin? Wir brauchen Farbe. Wir wollten ja Elsie's Mama fragen. Aber sie ist nicht da. Theo, weißt du was? Wenn ihr beide zu Elsie's Mama wollt, dann müsst ihr in den Park gehen. Da ist sie vorhin mit Elsie hingegangen. Sie wollten dort malen. Sie wollte dort malen? Gut, danke, Mrs. Zolli. Dann suchen wir sie mal, Opa. Hm. Ich werde dir später Vogelfutter geben. Da kommt Theo und sein Opa. Hallo, Elsie. Hallo, Theo. Ach, sieh doch mal. Da ist ja Elsies kleiner Freund von nebenan. Ja, ja. Und sein entzückender kleiner Vogel. Ach du meine Güte. Heute scheint ja hier wirklich jeder zu malen. Wieso denn das? Ja, wir wollen heute die Werkstatt streichen. Aber wir haben keine Farbe mehr. Und wir dachten, dass wir sie vielleicht mal fragen. Ja, natürlich. An welche Farbe habt ihr gedacht? Das kann warten. Malen Sie doch erst mal ihr Bild fertig. Und was machen Sie? Weißt du, alle Maler wurden vom Stadtrat gebeten, ein Bild für die Stadt zu malen. Und die kommen dann ins Rathaus. Aber dieses hier wird höchstwahrscheinlich auf dem Müll landen. Hast du nicht auch das Gefühl, dass wir nicht in Form sind? Oh ja, das Gefühl habe ich leider auch. Man sieht den Blumen überhaupt nicht anders, dass Tulpen sein sollen. Hm. Oh, ach, das soll ein Blumen sein. Hm. Also, ich lasse sie gleich mal allein. Ich würde jetzt nämlich gern ein Tässchen Tee haben. Wir haben Tee dabei. Wir haben drei verschiedene Sorten da. Irgendwo Zitrone, Mangoapfel und Hagebutte Passionsfrucht. Meine Lieblingssorte. Oh, das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen und ich möchte ja nicht unhöflich sein. Aber ich würde ehrlich gesagt einen ganz normalen Tee bevorzugen. Und ich möchte sitzen. Theo kann mir ja nachher die Farbe vorbeibringen, wenn es recht ist. Theo, hast du Lust mit mir zu spielen? Mhm. Darf ich, Opa? Ja, aber natürlich darfst du. Wir sehen uns dann später. Also, auf Wiedersehen. Ja, bis später. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis dann. Wiedersehen. Ach, wie süß. Das Vögelchen sagt auch auf Wiedersehen. Oh, das finde ich aber reizend. So, okay. Was ist nun mit dem Bild? Ach. Ähm, vielleicht sollten wir lieber mal eine Pause machen und etwas essen. Oh ja, eine gute Idee. Wollt ihr auch was essen? Machen wir ein Picnic im Park? Oh ja, super gern. Ich glaube nicht, dass du jetzt Vogelfutter bekommen kannst, Spock. Nein, aber von den Butterbroten werden bestimmt ein paar Krümel abfallen. So, also das hier ist ein Käse-Tomatenbrötchen. Das ist Erdnussbutter und Johannisbeergelee. Und dann haben wir noch hart gekochte Eier. Die mag ich am liebsten. Mit einer Prise Salz und ganz viel Pfeffer. Oh nein, unser Bild. Ich habe es jetzt hier. Oh, wie süß. Tut mir leid, das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so gelacht habe. Aber seht mal, was ihr getan habt. Es tut uns wirklich leid. Das ist doch fantastisch. Es ist einfach großartig. So eine Aktionsmalerei habe ich wirklich noch nie gesehen. Ach, im Ernst? Aber, ja, aber ihr Bild. Wir hätten doch sowieso noch mal von vorn anfangen müssen. Ja, weil wir damit unzufrieden waren. Ihr habt uns also einen Gefallen getan. Dankeschön. Also, es ist ja ganz schön bunt, oder? Es ist nicht nur einfach bunt. Es ist einfach wundervoll. Möchtest du das Bild vielleicht mit nach Hause nehmen? Oh ja, das würde ich gern. Und ich weiß auch schon, wo es hinkommt. Unglaublich. Da haben sie bestimmt hart dran gearbeitet. Das ist ein ganz wunderbares Bild. Oh, danke schön. Aber es ist nicht von mir. Es ist von Zeo. Und von Elsie. Ja, und auch von Pock. Also, wer hätte denn das gedacht, Kinder? Ihr seid ja richtige Künstler. Na, komm mit, Elsie. Das müssen wir meinem Opa zeigen. Bis dann. Bis dann. Hey, Hallihallo. Hey, Hallihallo. Ich bin wieder da. Ah, Zeo. Hast du die Farbe für die Werkstatt mitgebracht? Nein. Aber ich habe was anderes mitgebracht. Oh. Das ist sehr schön. Das ist ja wirklich nicht zu glauben. Sag mal, hast du dir das etwa von der Kunstgalerie geliehen? Nein, das haben wir gemacht. Du Opa, wir haben drüber geredet. Wir wollten doch eigentlich die Werkstatt bunter machen. Oh ja. Es ist wirklich viel bunter geworden, als ich es mir vorgestellt habe. Ich glaube nicht, dass jemand eine so bunte Werkstatt hat wie wir. Ich finde dieses Bild ganz wundervoll. Und ich bin sehr stolz auf meinen kleinen Zeo, weil er ein Künstler ist. Na komm. Mwum. 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 Mwum.